Musik Herzlich willkommen in der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgischen Belegpraxis Jens Heuer. Wir sind seit 13 Jahren vor Ort und bieten etliche spezielle Behandlungsmethoden, unter anderem auch Zahnbehandlungen in Narkose an. Des Weiteren haben wir einen stationären Belegbereich, sodass Überweiser auch schwierige Fälle, Tumorpatienten, akute Unfälle zu uns überweisen können. Und wir haben die Infrastruktur des Krankenhauses im Hintergrund, die sämtliche Spezialabteilungen und auch eine Intensivstation vorhält. Hier in der Praxis werden die Routine-Eingriffe durchgeführt, von der Weisheitszahnentfernung bis zur Wurzelspitzenresektion. Ein Schwerpunkt meiner Praxis ist auch die Wiederherstellung des Gebisses durch Implantate, wobei hier Keramikimplantate und Titanimplantate in gleicher Weise angewendet werden und den Patienten ein festes Kaufvermögen auch im hohen Alter geben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017